Liebe Österreicherinnen und Österreicher, für uns Freiheitliche ist eines selbstverständlich. Migration und Asyl sind grundsätzlich voneinander zu trennen. Wer in Österreich einen Asylantrag stellt als Asylwerber und in den Fällen, wo unabhängige österreichische Gerichte zur Entscheidung kommen nach allen Überprüfungen, auch die Überprüfung des humanitären Bleiberechts, dass es hier ein rechtskräftiges negatives Urteil gibt, da haben alle Asylwerber, die rechtskräftig negativ beschieden sind, konsequent unser Land zu verlassen. Dein Untertitelung des ZDF, 2020